Aber ich habe eins gemacht. Einfach, weil ich es geil finde. So nehme ich. Und weil der Shit natürlich auch immer super gut ankommt. Machen wir uns nichts vor. Einer ist hinter, also direkt hinter, nee, der ist unten. Einer ist hier in der Brücke, Brücke, Brücke. Und der andere ist unten. Schön. Ich habe es fast verkackt. Das Schlagen, ne? Ist das ein Feini? Sieht ein bisschen so aus, ne? Ist das ein Feini? Nein. Oh, ich kassiere Karma, glaube ich. Ich sage es dir. Ich muss das hier jetzt lernen. Oh. Das ist der Gulag. Überlebe, um erneut ein... Ja, gut. Joa, wer freu ich das? Nö. Es ist halt ein Lernprozess, Chat. Es ist ein Lernprozess, ne? So ein Heli-Race. Es ist halt ein Lernprozess. Was willst du machen? Moin, Mischkonsum. Ich glaube... Mach dich kampfbereit. Ich glaube, wir brauchen einen Counter für Heli-Tode. Warte, der stelle ich mal ganz kurz. Ah, das ist nur Edit, oder? Gibt's auch Erstellen? Gibt's das? So, mach mal jetzt... Mach mal jetzt aus, so wir zeichnen Heli-Tode in den Chat. Funktioniert das? Du hast hier alle fertig gemacht. Bereit machen für erneuten Einsatz. Oder schreib mal nur Heli-Tode. Moin, Deutschlands breitestes Teamer. Was geht? So, und wenn nicht jetzt? Ne, geht nicht, ne? Okay, dann muss ich später nochmal aktualisieren. Aber ihr könnt schon mal ausbezeichnen Heli in den Chat schreiben. Da kommt der Heli-Verbot immer. Aber guck mal, Heli-Verbot... Würdet ihr sagen, Heli-Verbot macht bei mir Sinn? Oder ist es schon sinnvoller, das zu lernen? Oder ist bei mir jede Hoffnung verloren? Was denkt ihr? Okay. Hopfen und Malzen verloren. Schaffst du noch irgendwann? Also... Gespaltene Meinungen. Ich glaube, ich glaube, ich muss es noch lernen. Wie viel Kills ist die Wette? Muss ich mich anstrengen? Schön. So, ich bin wieder da. Jawohl, jawohl, jawohl. Ähm, jetzt die Frage. Wohin? Ähm, ich flieg dir einfach gerade hinterher. Gleich hier. Ja, können wir machen. Zehn Kitzel, okay. Oh, hier wird gefeilt. Hier gehen wir schon mal nicht hin. Phil, bist du der Meinung, dass jetzt... die Cold War Waffen so richtig integriert so langsam sind? Hä, die Cold War Waffen sind seit Monaten Meter? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nee, ich meine jetzt integriert vom Balancing, dass das alles passt und so. Dass es so jetzt langsam so der Punkt ist, wo es sagt, ja, es ist echt cool geworden. Ähm, Bugs sind weg. Die Balancing-Kraft der Waffen und so ist richtig gut integriert. Bist du der Meinung, dass das jetzt... Ähm... Also, ich merke keinen Unterschied zu vorher. Nee, also was ich meinte ist halt, weißt du noch, im Dezember kamen die Waffen raus. Da ging ja gar nichts. Und dann kam Update und Update und Update und dann würde die eine Waffe verschlimmbessert, die andere war dann Meter und dann hier und da hin und her. Wie halt am Anfang halt auch in MW. MW hat ja auch eine Weile gebraucht, bis die Waffen, dann Waffen alle mal so ein bisschen stimmig waren. Mhm. Weißt du? Und die Kultwork haben... Ja, Kultwork haben ja im Dezember... Ich würde sagen, seit Dezember haben die das verbessert. Ja, genau, genau. Ich bin auch der Meinung, es wird immer besser, aber man darf ja nicht vergessen, sieben Monate sind jetzt dann her. Es ist schon... Ja, ja, aber es ist halt auch ein Start-up, ne? Die haben ja auch nicht direkt die finanziellen Mittel da alles, äh, so direkt fertig zu machen, ne? Muss man ja auch sagen. Das vergesse ich jedes Mal bei dem Unternehmen. Ja, ja, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das darf man nicht unterschätzen. So was kostet halt, ne? Muss dann ja auch Leute einstellen. Die kommen ja auch immer noch alle mit dem Fahrrad zur Arbeit und so. Ja, mir tun die aber auch richtig leid. Deswegen bin ich wirklich, äh, gedrungen, äh, gezwungen, wirklich jede Waffe zu kaufen aus dem Shop. Hauptsache, ich kann die ein bisschen supporten. Genau. Aber es sind aber auch Schnäppchen, ne? Das sind richtig günstig geworden, die Sachen aus dem Shop. Also ich kann es wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, nicht nur eine, äh, zu kaufen, ne? Einmal, einmal wirklich durchpailen. Auch, auch gerne, auch gerne, ähm, auch gerne einen Zweitaccount erstellen und das gleiche nochmal kaufen. Ja, ja, wäre so wichtig für die Entwickler. Ich übernehme den Steuern. Weil, ist leider so, Geld regiert die Welt. Oh, oh, ist jemand? Hier hinten ist ein Sniper. Aua. Ich hole den LKW. Mom, get the camera! Oh, der Arme. Hm. Was, was, was war das? Also ganz ehrlich, das sind doch so Momente, wo sie sich Gedanken machen sollten, ob sie das Spiel installieren, ne? Die, die schocken welche von, was weiß ich, für den Family ab mit ihrer Skype. Schießen, 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 ne? Wie Idioten. Äh, wir fügen Lena gleich zum Calling zu. Eis. Das war jetzt doof für die, aber sie spielen auch falsch. Also, da muss ich auch wieder sagen, so, die haben halt auch, die haben halt auch, die gucken die Videos auch nicht so. Die haben es halt verdient. Guck mal, er spielt C58 mit Action Arms. Das ist halt albern. Oh, die schweizt auch so erste Sahne. Moin, Gamer, hallo, wie geht's? Ich hab ja gar kein Geld. Oh, Mann. Ja, ich glaub, er levelt die noch. Ich glaub, er levelt die einfach noch. So ein Feuerball, Junge. Oh, Feuerball ist weg. Aha. Mein, äh, mein Feuereffekt ist einfach weg. Sie haben einen Klaus gebaut. Guten Morgen. Männchen, was geht? Hey, ist wieder leise? Nein, der spricht nur leise, Digga. Erzähl mir doch keine, so, ob er jetzt wieder leise ist. Ich seh doch seinen Ausschlag. Weil MG82, äh, halt einfach nicht mehr so geil ist. Vor allem, was so die, was so Recoil angeht. Und so Geschichten, weißt du? Auf Reichweite und so. Da ist, glaub ich, falsche Dings drauf. Okay. Ja, was machen wir? Also als allererstes, erschreckst du mich bitte nicht mehr so? Dass du da hinter mir rausspringst? Das will ich mir... Oh, warte mal. Dann würde ich sagen, ballern wir die mal da oben, oder? Ja. Achtung! Mom, get the camera, 2.0! Das hat ja wirklich überhaupt nicht geklappt. Oh, schaffen wir Finisher? Ich hab ne Stun, warte. Einer Knock? Ne, ich denke, wir schaffen keinen Finisher, actually. Höh? Was? Höh? Aber, warte, 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 andere Frage. Mit wem haben die gefightet? Er lag hier genockt, ja? Und als du den anderen gefinisht hast, kam bei ihm so ne Todesanimation. Der ist einmal nach oben gesprungen, grad als Leiche. Aha, wie so ein, wie so ein, äh, Hähnchen, was... Hähnchen? Ich musste grad irgendwie an Existikismus denken. Was den Kopf so abgetrennt bekommt und dann noch so ein bisschen... Ich hab, ich hab den Gegner gefunden. ...es bewegt. Wo denn? Ah, da. Da. Was macht denn er da? Das sind zwei aber. Beide dahinter? Ja, einer ist hier. Shield hit, wild. Der andere ist da. Was machen die denn? Snipen die auch, oder? Weiß ich noch nicht. Was macht er denn? Shield break. Ah, die wollen zum Low, dort ja. Das ist ja albern. So, jetzt aber. So, komm, AX50. Let's go. Ja, ich fühl mich wie so ein richtiger High-Skate-Player, was ich hier gerade mache. Ja, ja, jetzt, komm. Wir sind ein richtiger Sniper. So ein richtiger... Du snipest, ich geh mit dem LKW dahin. Nein, nein, nimm mich mit. Von Sniper zu LKW. Oh, oh, am LKW ist einer. Da ist einer. Der moved, der moved. Ja, live ping. Oh, guck mal. Was macht der denn? Hallo. Mann, ich wollt grad ein Messer werfen. Ich bin tot in drei, zwei. Du hast aber wirklich mutig, was du da jetzt machst. Ja, 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 ja. Oh, der ist, der ist von HP. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Er kommt. Ja, schnappen die Tiger. Ja. Der liegt doch da. Hinter dir. Ja, ja. Warte. Ach so. Der hat keinen Selfrest. Der verblutet. Alles gut. Ich snappe jetzt die anderen. Naja. Ah ja, der geht gerade hoch. Die Treppe. Ach, für. Wie, auch für. Hallo. Ach, Mann, ich hab grad richtig gewartet. Ich wusste ja, dass der kommt. Ach so. Ich dachte, weil du noch gesnipet hast. Ich dachte, du snipest noch auf die hinter dir. Warte, dann find ich den jetzt. Ja, genau. Der ist gelockt. Fahr mal drüber. Warte, hab ich so drüber. Was mit dem Axial Arms so verkehrt? Das C-58 hat aktuell einen geringeren Recoil als das Axial Arms. Ja, arrest, arrest. Wo liegt der denn da hinten? Ja, ja, direkt an. Ja. Was machst du da, Bro? Also, das ist ja. Ja, also, Digga, das ist ja. Nee, das ist ja jetzt auch wirklich albern. Also, für dich ist es noch Feierabend. Du machst bitte Konsole oder PC aus. So, und. Ja, oder beides. Und du machst jetzt auch bitte wirklich. Mach mal wieder was für die Schule. Lies mal ein Buch oder so. Geh mal raus. Das ist ja jetzt albern. Das ist ja jetzt wirklich albern. So, ich komm hoch. Wo? Hörst du dir? Nee, nee, nee. Ich meine, einer meinte goldene Maske und ich frag wo. Oh, ich. Ach, das bist du. So, ich muss den Start von den Toten hier nehmen. Mhm. Und da oben hab ich gemockt, ne? Hä? Achso, allgemein Maske. Ach, Digga, aber das ist ja wieder belassen. Wir reden nicht drüber. Ja, doch, der hat Sniper gespielt, ne? M82. So, Trickshot. Oh, bin ich dabei? Warte, warte, mit M82. Gib mir. Ah, ich glaube, ich hab Prison einen getroffen. Auge MW leider viel zu langsam für in der SMG. Ansonsten ganz okay. Ich brauche Aufklärung an meiner Position. Drohne erreicht Einsatzgebiet. So, was haben wir da hinten jetzt hier? Drücke vor. Abfahrt. Hallo, Fabi. Wie geht es Ihnen denn heute? Nein, ey, so ein Frechfratz ist Fenix. Er ist einfach weitergeflogen als ich. Was soll denn das? Er ist gar nicht zum Shop. Du bist aber, du bist mir auch einer, muss ich sagen. Du bist ja so geil auf den Kill, dass du einfach... Nein, nein, okay, ich schieße nicht, ich schieße nicht. Doch, ich schieße. ...dass du das Geld am Shop jetzt einfach liegen gelassen hast. Ich dachte, du holst dir Drohne und so. Hier ist ja ein Shop. Was willst du mit deinen 4.700 machen? Ja, ich dachte, du spielst das Spiel ja schon ein, zwei Tage lang. Jetzt muss ich erst mal die 3.000 wiederholen. Ey, du bist so... Unfassbar, ja. Ja, also, was macht man denn mit seinen 4.700, wenn man am Shop vorbeifliegt? Mhm. Das ist mir richtig geil. Ich habe den, äh... Schneller das Thema wechseln. ...den ich rausgezogen habe, ne? Den ich so easy genockt habe, den du wolltest. Der spielt einmal Fahrer und einmal Grau. Und beides auf Entfernung. Ja, das ist ja... Geil. Wisst ihr, was ist? Chat ist albern. Ausbezeichnen albern in den Chat. Ich habe... ...steilend das Geld. Hast du jetzt eine Drohne gekauft, oder? Ja, die habe ich ja gerade eben schon gekauft. Und dann habe ich dir extra Geld dagelassen, damit du dir Drohne und Self-Revive kaufen kannst. Oh, jetzt einer. Oh, ist ein Feini. Aber... Nö. Oh, das ist noch ein Feini. Das... Das Vierfach-Visier hat ein... Hat weniger Recoil als das Action Arms. So. Haben wir es jetzt geklärt? Diese Lobby. Haben es jetzt alle verstanden? Oder muss ich erst rüber zu euch kommen und euch das nochmal erklären? So, was haben wir jetzt? Ihr wisst doch, dass nur meine linke Gehirnhälfte arbeitet, wenn ich streame. Und... Grau ist wieder schwer im Kommen. Ja? Ja? Was macht er denn? Da kommt einer rein, der ist angehittet. Wir sind in der Sicherheitszone. Auf den Scheiß! Tschüss! Ah ja. Das ist noch einer, Phil. Wo? Warte. Ah ne, der war noch angezeigt auf meinem Heartbeat. Ah, nice. Äh, warte mal, ich hab... Oh, hier hinten ist einer. Jetzt hab ich gerade mein Dead Silence gepoppt. Also ne, ich hasse Phoenix manchmal, ne? Wo ich grad eben den ersten rausgezogen hab. Naja, egal. Besser einmal zu viel Dead Silence als einmal zu wenig. Was machst du denn da hinten für'n Atem-Tat schon wieder? Ich töte. Sieh, da ist wirklich einfach direkt wieder gelandet? Hier ist noch nicht mein Job. Ja. La, 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 la. Was vielfach wie... So, jetzt pass mal auf. Also. Guck mal. Jetzt spitzt ihr alle mal eure Lauscherchen auf, okay? Weil sonst... Tretet euch gegen das Schienenbein. Und das wollt ihr nicht? Ich hab da schon Übungen. Also. Das C-58 hat geringeren... Zurück zur Basis zum Nachteil. Das Vierfachvisier hat auf der C-58 einen geringeren Recoil als das Actual Arms. Haben das jetzt alle verstanden? Was? Was? Ich krieg' einen Nervenzahnbuch. So, da bin ich wieder. Ich hab so lange nicht mehr gesnipet, ich bin immer noch richtig kacke. Fuck, ich hab den letzten... Ich muss nochmal zurückfüllen. Ich hab Scheiße gebaut. Kein Problem. Ach, verdammt. Moin, Yelikan. Ja, jetzt bräuchte ich natürlich der Zeit. Das war natürlich wild. So, äh... Der war aber hier. Der, da war der Letzte. Geil, ich hab wieder die Waffen. Freude. Jawoll. Wo ist dann? Wo bist denn du? Ach, da. Wie kommst du so schnell dahin, Trüffel? Feindliche Drohne über uns. Oh, ich werd gesnipet. Boah, ich bin so tot. Siehst du den Halle 1 Eingang? Der snipet auf mich. Feinde landen im Einsatzgebiet. Boah, ich werd bestimmt gleich ne Helmbombe. Also, snipen ist halt echt noch nicht mein Ding, ne? Zwei Stück vor mir. Das ist der Muck, Adler. Komm her! Wo ist der, wo ist der? Um. So, Snug, 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 Snug. Hol' ihn dir. Jawoll! So! So! Muss ich? Ne, ne, du hast den Kill. Ja, also. Dann brauch ich das nicht machen. Jo, Phil. Ich bin tot, ich bin tot. Das ist ja albern jetzt. Ne, ich bin nicht tot. Der ist immer noch dort. Curry-Gebäude. Ne, warte. Nee. Er ist auf dem Dach. Dach, 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 dach. U, u, i, 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 i. Alles Gute zum Jahrestag. Kuss. Boah, mit dem Zoom-Hell kannst du halt nicht schießen. So, ne, mich. Kennt er den, Chat. Einzel Chat, wer Phoenix kennt. Bei mir plus eins. Ich werde hier getroffen. Da. Bist du nicht, bist du nicht. Neue Position. Hm. Meinst du, wir sollen kurz zum Self-Shop mal Self-Rest holen und so? Das ist der Hawaii. Ne, lass nicht, lass nicht. Ich will die fighten hier. Neue Position. Na, 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 na. Warte, kurz Frage eigentlich. Viele, viele hassen ja, ähm, Pizza Hawaii. Was ist denn mit Toast Hawaii? Geht das klar oder ist das auch verboten? Stimmt, das ist eine gute Frage. Ja, ne? Eigentlich dürften die das, müssten die das alle auch boykottieren. So. Da frage ich euch jetzt, Chat. Toast Hawaii yay or nay? Ne 1 für ja, ne 2 für nein. Ja, bei mir plus 1 und plus 2. Hast du noch eine Drohne? Ne. Drohne wäre jetzt aber goated, leider. Ich bin tot, ich bin tot. Das ist doof. Ich bin ein bisschen weiter weg von dir jetzt. Hm, na ja, ich bin tot. Ach, wir hätten doch shoppen müssen. Shit. Yo. I got you, bro. I got you. Fuck, mein Headset ist leer. Ah, schade. Toast Hawaii genauso bad. Moin. Ähm, okay, wir gehen jetzt drüber. Toast Hawaii. Okay. What does that do? Toast Hawaii? Oh. 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 Ich bin unter Beschutt. 18, fast geschafft. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Sehr nice gespielt, sehr, sehr schön. Kuss. Ich glaube, wir hätten aber trotzdem vor den ersten Shop müssen. Hm. Das Gas nähert sich dir. Oh, Gasmaske. Let's go, Phil. Ok. … ... … … ... … ... Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Das Gas verbreitet sich aus. Das Gas verbreitet sich. Das Gas verbreitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Vorderer Beschussamt. Ziele markiert. Hier ist Striker 3-1. Alles klar. Luftschlag im Anflug. Keine Treffer diesmal. Sehr schön gespielt. So nehme ich. Doch könnte ich alles verlieren, deshalb bleib ich bei dir. Oh Gott, Herr.